Die CDU wirbt seit heute mit dem größten Wahlplakat Deutschlands mitten in Berlin. Noch bis Ende September wird das einmalige Unterstützerplakat mit dem Slogan Wir haben die Kraft zu sehen sein hier an der Straße des 17. Juni eine der zentralen Verkehrsachsen der Hauptstadt. Eine tolle Idee, die deutlich macht, dass wir einen modernen, zukunftsorientierten Wahlkampf führen. Im Vorfeld hatte die CDU im Internet dazu aufgerufen, Porträtbilder einzusenden und so Teil dieses Wahlplakats zu werden. Innerhalb weniger Tage wurden tausende Bilder eingeschickt. Hier sind 1800 Unterstützer plakatiert, die Angela Merkel und die CDU unterstützen. Diese enorme Resonanz gibt uns Rückenwind für den 27. September. Wir haben die Kraft, Deutschland in eine gute Zukunft zu führen. An die ganzen Menschen, die gesagt haben, wir möchten dabei sein, wir möchten Angela Merkel und die Union unterstützen und die hier zeigen, wir haben die Kraft, an die geht heute unser ganz, ganz besonderes Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017